Für sie ist es wichtig. Wenn ich jetzt von heute um morgen sterben würde. Bärmütig. Sie würden vielleicht kurz eine Story posten, sie ist gestorben und so, aber nachher ist auch... Ja, du wirst dich gleich wieder vergessen. Ich würde dich nicht vergessen und ganz viele andere sich auch nicht. Ja, aber du bist meine reale Kollegin, weisst? Ich habe das Gefühl, das ganze INSA-Zeug, das ist so... Das ist so fake. Das ist eigentlich so mein Lieblingsteil am Filmen machen. Wirklich so auf dem Set sein und gehen drehen und die ganzen Locations abchecken. Und einfach so Wurkauf zu improvisieren. Erst jetzt wurde mir alles richtig bewusst. Laras Leben lief alles andere als bunt. Sicher, dass sich das lohnt. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Große Leute, wie ihr Freude zu legen. Hau ruf oder so. Herzlichen Applaus, schürf mich hier aus. Hebe einfach die Frasse! Pass auf die Uf! Denn du weißt, das Ende wird erst der Anfang sein. Jetzt gibt es den Blick. oder? Währendst du in einer Zeit! Und hier gibt es nur noch einen Schnellbe Grad, Und immer wieder, als zackt an. Das ist übrigens sozusagen. Töner Applaus, spürt euch das nicht, war es gut! Alles neu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020